So, mal wieder guten Tag zum Black Ops 2 Multiplayer-Let's Play mit mir, Rinn Lennart. Ähm, ich lasse mal hier gucken. Der Sound, der müsste eigentlich heißen. Sag ich jetzt mal so, wenn wir in meinem Leben ein bisschen leicht sind. Ähm, ja, heute haben wir gerade Ferien, ja. Ähm, jetzt hab ich da frei. Jo, 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 jo. Ich muss mir auch noch mal das DLC kaufen. DLC. Ähm, ich glaub die Maps sind ziemlich geil, die brauch ich mal. Ähm, Revolution. Ja, kann ich, leider nicht. Ähm. Also wird es wieder ein Standard-Spiel. Ich seh kaum Leute da, wir haben jetzt gerade 5 vor 12. Ähm. Ja, 5 vor 12, ich mein. 5 vor 12 halt. Mittags, mein ich. Nicht nachts. Ähm, und heute werde ich noch abgeholt von meinem Vater. Das freut mich. Und dann, na gut, äh, wenn hier das Video hochkommt, äh, wenn ich hier das Video raushau, dann ist eh schon, sind die Ferien eh schon lang vorbei wieder. Ähm. Aber, äh, ich kann ja nur vom jetzigen Moment labern. Ich hab seit Ewigkeiten nix mehr am PC gezockt, was Ballerspiele angeht. Ähm. Ähm, ich zocke in letzter Zeit ziemlich viel SimCity. Und das macht übelst Spaß, immer noch. Ist da so eine schöne Stadt mit 250.000 und die andere mit 140.000 und die versorgen sich so perfekt miteinander. Das ist echt geil. Ähm. Pff, joa. Sonst wüsste ich jetzt nix mehr, was ich sagen sollte. Ich freu mich halt übelst darauf, dass ich heute mal zu meinem Vater komme. Äh, schon Ewigkeiten nenne ich sehen. Ja. Und der Julius ist dann auch da. Und dann werden mit Sicherheit, oder sind schon, weiß ich jetzt noch nicht, ähm, ähm, äh, Real-Life-Videos von uns, ja. Also, ich weiß nicht, ob die jetzt schon Ferien gemacht werden, aber kommen auf jeden Fall. Oder sind schon, je nachdem. Ähm. Joa. Alter, haben wir es jetzt bald mal hier mit der scheiß Lobby ohne Spaß? Kriegen wir es mal jetzt geschissen. Mann! Zähl doch einfach runter und achte nicht drauf, wer raus und reinkommt. Das war echt ein Scherz. Haben wir es jetzt. Komm schon, bitte. Bitte, bitte. Ja! Juhu! Spiel fängt an. Oh mein Gott. Nach zehn Minuten in dieser scheiß Lobby hier. So, also jetzt werdet ihr hier das, äh, totale Verkacken wahrscheinlich sehen. Ähm, ich glaub nicht, dass ich heute guten Tag erwisch. Ich, ich hab's im Urin, dass ich heute schlecht sein werde. Ähm, das macht mir jetzt aber herzlich wenig. Ich werd trotzdem jetzt mal zocken, ja. Und, ich hab mal Pogge auf die M27. Machen wir, machen wir. Mit dem Zermalm-Fingeln. Ähm. Jo. Alter, ich hab, ich merke echt, ich komm hier mit Maus und Tastatur gerade mal... ...net mehr so... ...sonderbar gut, äh, sonderlich gut klar, ja. Kommt der jetzt an, oder? Oh ja, da hinten. Zack! So, schau, la, 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 la. Die Zackfalte da. Einfach meins blau. Da hinten rennt doch schon wieder einer rum, ey. Na, egal. Ähm. Jo, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Ich hoffe mal, dass jetzt bald endlich mal mein neuer PC da ist. Beziehungsweise, dass mein Vater sich jetzt endlich mal darum gekümmert hat, ja. Ähm. Seitdem ist das immer so eine Sache. Ist zuverlässig wie Toastbrot mit dem Schimmeln. Ich krieg wenigstens Assist dafür. Im Endeffekt ist es eine Beschissenigkeit zu killen. Doch, ich krieg einen Assist? Oh mein Gott! Wuh! Ähm. Ja. Oh, Mama. Fuck! Feindliche Drohne nährt sich. Och nö. Nicht ne feindliche Drohne. Ist doch scheiße. Ich bin dir nicht so freundlich. Ah nö. Och nö. Okay. Ähm. Oh, wieso nehm ich denn die Klasse? Hab ich den Arsch offen. Was will ich denn bitte mit der Klasse? Wieso nehm ich die denn? Ich will doch die weg, da. Oh mein Gott. Siehst du das? Da habt ihr es wieder. Ja, da habt ihr es wieder. Ähm. Hab ich jetzt ins Wasser geschmissen. Ich bin echt... Ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 sag ich dir nicht. Ich sag da nur, ne, ne, ne. Ja. Nun schon wieder. Ich hab das Gefühl, das war an mich gerichtet. Uh, da krieg ich ja noch den Sack. Das find ich ja jetzt nicht so schön. Einfach irgendwie ein bisschen abstobern hier. Hm, geht jetzt schon. Ähm. Ne, John, wie denn? Was gibt es denn? Ah, Mann. Gib mir denn da scheiß Drohnen. Gib mir doch den Sack. Oh. Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ist die Sackfalter da noch? Hm, hm. Gut. Geht jetzt schon hin. Nee. Oh, der Kerl, ehrlich. Ist ein scheiß Messer. Oh. Oh, das, das, das war schwach. Oh, oh, fuck. Der war, oh, Mann, ey. Der war gar nicht mehr da oben. Mann. Das will ich aber nicht. Eigentlich will ich mal mit der Hamre zocken. Da, diese Hamre. Weißt du schon. Nee. Mann. Fick dich doch. Ohne Spaß. Was ist das denn für eine Sackfalte? Oh, ohne Spaß. Guckt mir ja schon mal auf den Sack der Kerl. Alter Vater, das geht doch einfach nett, ey. Wie schlecht, ja. Aber wie habe ich denn gespielt? Oh, 13,9. Oh mein Gott. Was macht der denn? Was ist hier? Ja, immerhin. Immerhin positiv, ne? Nur so mal sein. Also, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, ja. Ähm. Und sag, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann?